Neben mir heute im Prinzip ein Mensch, den man als personifiziertes Entrepreneurship ein bisschen bezeichnen kann in einem Satz. Wer bist du, was machst du? Ich bin Hochschullehrer und fand, dass man Entrepreneurship nicht lernen kann, wenn man nur Theorien verbreitet. Also deswegen selber gegründet, T-Kampagne, schon vor 25 Jahren. Bin nebenher immer noch Business Angel in der ganzen Reihe von Fällen. E-Büro, Ratio, Drink, direkt zu, Paper, See, ganze Anzahl. Also mal ganz spannend, glaube ich, jemand, der aus dem akademischen Umfeld kommt und auch mal in die Praxis taucht. Vor mir, man sieht einerseits mal so eine T-Box und andererseits auch ein Buch. Man darf dazu sagen, mit Gründerszene war das eine meiner ersten Stationen eigentlich. Ich weiß noch, Sie erinnern sich vielleicht gar nicht mehr, aber ich bin mit Fotokamera hier langgegangen und habe alles gefilmt. Hier sind wir mit schnurlosem Mikro und hat sich ein bisschen was geändert, aber hier eigentlich auch. Was ist denn jetzt sozusagen neu? Was ist in Ihrem Leben gerade los? Also ich glaube, man kann heute sehr viel einfacher gründen. Das ist heute sehr viel erreichbarer, so eine eigene Unternehmensgründung als früher und deswegen, weil man systematischen Konzepte erarbeiten kann. Also früher dachte man immer, man braucht viel Kapital, was ja auch richtig war. Früher brauchte man das. Heute braucht man immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so sehr viel. Man braucht ein gutes Konzept und die meisten Menschen glauben, man muss jetzt auf einen genialen Einfall warten. Der ist es in aller Regel nicht, sondern es ist eine Ausgangsidee, an der man systematisch arbeitet. Nicht zu verwechseln mit Businessplan. Businessplan, wenn Sie die Idee fertig haben, diesen Prozess, dann muss man auch, wenn man das will und Kredit braucht, hoffentlich ja nicht, aber wenn man das meint zu brauchen, dann muss man auch einen Businessplan schreiben. Aber es geht um Konzeptentwicklung. Also von dem Englisch ist es vielleicht ein bisschen klarer Idea Creation. Ich muss erstmal wissen, in welchem Feld ich antreten will. Dann muss ich an dieser Idee arbeiten, bis sie auf möglichst mehreren Beinen steht. Nicht nur ein Bein, Preis oder Produkt neu, sondern auf mehreren Beinen. Damit ist man sicher aufgestellt. Und dann gibt es noch so eine Art Polishment, ein Idea Refinement. Und das ist ein ganz schön langer Prozess. Der ist erstaunlich lang, aber das Entscheidende ist, man kann ihn systematisch angehen. Wer es noch nicht gelesen hat, Kopf schlägt Kapital, da geht es ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Konzeptkreative Gründung ist mir als Stichwort von dem Buch sehr im Kopf geblieben. Was ist denn gerade Konzeptkreativ bei Ihnen und der Projektwerkstatt los? Das ist ja so ein bisschen das Dach, unter dem Sie so Ihre ganzen Aktivitäten unter anderem sammeln. Was ist so gerade Status quo bei Ihnen? Also wir denken nach über eine Waschmittelkampagne. Ja, da hat man doch respektable Gegner. Also Procter & Gamble, Unilever, Henkel, sowas. Aber sonst, so Tagesgeschäft, was ich vielleicht auch nochmal empfehlen kann, ich mache hier voll die Werbung und ich soll eigentlich neutraler Journalist sein, aber man merkt, ich bin ein bisschen gefangen, eingefangen. Gibt es eigentlich auch das Labor für Entrepreneurship noch? Ich habe gehört, es startet ein bisschen später, ist ja immer so ein bisschen universitätsabhängig. Vielleicht sagen wir auch einen Satz dazu, bevor wir mal zu den ganz großen Events kommen, dem Summit. Labor für Entrepreneurship ist eine Veranstaltung, wo man dieses systematisch an einer Idee arbeiten erfahren kann. Das richtet sich nach den Semestern an der Universität. Das ist immer noch eine Universitätsveranstaltung, obwohl schon lange aus der Universität raus ist. Das ist der Vorteil, weil man meistens allein sich im Kreis dreht. Also man braucht ein Gegenüber, wie in einem Interview hier und auch andere. Da haben wir so ein Speed-Dating für Gleichgesinnte, die auch an dem Konzept arbeiten. Und das ist hilfreich. Also das schon seit über zehn Jahren machen wir das. Das ist sehr hilfreich für Gründer. Nicht nur lernen sie, das Konzept systematisch zu bearbeiten, sondern sie kriegen auch ein bisschen Gefühl für Kunden. Wir machen dann immer so Probeabstimmungen. Wer würde das Produkt oder die Dienstleistung kaufen? Hand hoch, wer nicht? Das ist oft ganz erhellend. Wenn ich mich richtig entsinne, war es entrepreneurship.de, ne? Das ist entrepreneurship.de, ja. Super Domain. Gut, aber das ist ja sozusagen eher ein Event, was ein bisschen kleiner ist. Wir haben auch bei uns auf der Webseite schon berichtet, es gibt ja auch ein richtig großes, nämlich den Entrepreneurship Summit. Was hat es denn damit auf sich? Wir machen seit 2001 einmal im Jahr eine Großveranstaltung. Das macht meine Stiftung Entrepreneurship. Und das ist der Versuch, Gründungen, die nicht aus dem Hightech kommen, das sind ja gar nicht so viele. Die Medien sind immer voll davon, aber in Wirklichkeit sind das so 15 Prozent aller Gründungen plus minus. Und dann gibt es viele Gründungen, die sind so Selbstständigkeit. Ein Malergeselle macht sich selbstständig. Und in der Mitte gibt es eigentlich die entscheidende Anzahl, die in den Medien und in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen wird. Nämlich Gründungen, die auf einem Konzept basieren. Konzeptkreative Gründungen. Und das ist der Weg sozusagen, den die meisten von uns einschlagen können. Wer hat schon ein Patent? Wer hat schon ein Forschungsergebnis? Wer ist schon in diesem Hightech-Bereich gut aufgestellt? Das sind wenige. Und Selbstständigkeit allein ist ein bisschen wenig, finde ich. Da kommt dann schnell dieser Satz, Selbstständigkeit heißt, alle selber machen und das ständig. Und das vielversprechendste ist dieser Bereich der Konzeptkreativen Gründung. Das ist unser Feld. Darüber geht der Summit. Also im Prinzip so ein bisschen ein konferenzartiger Treffpunkt für Menschen, die irgendwo mit Konzepten an den Start gehen, die jetzt nicht auf etwas basieren, was hohe Einstiegshürden hat. Sowas wie Hightech, sowas wie irgendwie Patentorientiertes, sondern wirklich so ein bisschen Gedankenaustausch und da sozusagen auch sich gegenseitig befruchten. Ja, und Anregungen bekommen, wie man systematisch an seiner eigenen Anfangsidee weiterarbeiten kann. Die meisten Menschen glauben, sie hätten schon eine Idee und gucken nach Kapital. Aber in Wirklichkeit sind das so Einfälle, Anfangsideen, die sehr riskant wären, umzusetzen. Ich sage immer, oberägyptisches Restaurant, das ist erst mal gar nichts. Das ist ein Einfall. Es gibt unendlich viele Restaurants, auch eine Menge ägyptischer Restaurants. Also ich muss schon gucken, warum ich das machen will und eigentlich auch herausfinden, das ist ein Thema des Summits auch, Potenzialentfaltung. Wo liegen meine Stärken? Wo liegen meine ganz individuellen Fähigkeiten? Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte ein oberägyptisches Restaurant gründen, dann frage ich immer, warum Ägypten? Und dann kann man gucken, was an Ägypten, die Kultur, die Landschaft, die Menschen, die Geschichte eine Rolle spielt. Und ich kann fragen, warum Restaurant, weil ich gerne mit Menschen zusammen bin. Dann frage ich nach, in welcher Form denn und wann fühlen sie sich besonders wohl und was regt sie da besonders an? Oh, das ist Kochen. Dann muss man über Kochen sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man so vorgeht, dass man dann oft bei was ganz anderem landet, eben von der Anfangsidee entlang seiner eigenen Stärken und natürlich auch Markteinschätzung, Marktbeobachtung zu etwas viel Soliderem kommt, worauf man eine Gründung sehr viel besser aufbauen kann, als auf diesen Anfangsideen, die sehr häufig sind, die man leicht generieren kann, aber die nicht wirklich ausreichen zum Gründen. Wann weiß man denn eigentlich, dass man bereit ist, sozusagen zu starten? Und gibt es so eine zentrale Frage, die man beantwortet haben, so bevor man Unternehmer wird? Also ich sage immer, man spürt es im Hintern, ob man so reif ist zum Gründen. Wenn man wirklich eine Menge durchdacht hat und auf Punkte gekommen ist, wo man dem, was draußen im Markt schon passiert, überlegen ist oder sogar stark überlegen ist. Denken Sie an die Tee-Kampagne. Wir hatten ein Drittel des Preises dessen, was die Teehändler im Markt verlangten damals. Dann hat man natürlich ein ganz starkes Argument und dann kann man nicht mehr ruhig sitzen. Dann will man das machen. Das ist wie ein Kind, das nach acht Monaten, nach neun Monaten, Männer kennen sich da nicht so genau aus, praktisch ins Leben will. Ich nenne das deswegen auch Ideenkinder. Es ist ein Ideenkind, das ist auch eine Weile gewachsen. Tee-Kampagne passiert ja auch nicht über Nacht. Da habe ich lange dran getüftelt. Und dann ist es so weit, dass man wirklich nicht mehr still sitzen kann. Und dann muss man es, ja, gründen und dann geht es los. Aber diese Phase vor dem Gründen, die wird oft viel zu wenig wahrgenommen oder die kommen viel zu kurz. Und dann sind die Gründungen ein bisschen kurzatmig. Jetzt haben wir vom Summit schon gehört, dass es so ein bisschen darum geht, diesen ganzen Kosmos darum, um dieses Thema aufzumachen. Wie läuft der denn von der Art her ab? Ist es eher Vorträge mit bekannten Speakern oder ist es mehr so ein bisschen auf Workshops, Seminare? Ist es mehr auf Networking ausgerichtet? Was ist sozusagen so der Modus, nachdem das erfolgt? Also wir nennen das Impulse. Es gibt Keynotes, aber wenige. Es gibt viele Impulsgruppen, über 40 Gruppen, die sozusagen mehr zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse des einzelnen Gründers. Es gibt Podiumsdiskussionen über umstrittene Themen. Wie fördert man richtig und was sollte man eigentlich fördern? Wir haben ein interessantes Thema, Medici-Effekt. Kann man nicht so was wie den Medici-Effekt für Berlin generieren oder ist er nicht schon da und können wir da nicht mehr drauf aufbauen? Das sind so die Themen. Aber es ist insgesamt mehr eine Werkstattatmosphäre. Wir haben große Pausen. Wir versuchen auch, die Menschen miteinander zu vernetzen, also ein bisschen Hilfestellung dafür zu geben. Und insgesamt geht es darum, wie ich von meinem Einfallen, meiner Ausgangsidee sozusagen ein Stück weit ein solides Konzept aufbaue. Machen wir mal ein bisschen harte Fakten. Ort, Datum, Zielgruppe? Samstag, Sonntag, 29. und 30. Oktober im Henry Ford-Bau der Freien Universität Berlin. Übrigens ist Henry Ford für mich eine der ganz besonderen Erscheinungen des Entrepreneurship und gerade in der Phase vor der Gründung. Er hat 18 Jahre an seinem Automobil gebaut und ja nicht gebaut, sondern getestet und probiert und also 18 Jahre lang, das muss man sich mal vorstellen. Das kommt immer in den Biografien nicht vor. Ja, freie Universität. Zielgruppe? Eigentlich, wir nennen es Entrepreneurs ins B. Alle, die schon daran arbeiten, aber vor allem die auch, die erkennen. Und das ist ja ein Punkt heute in unserer Gesellschaft, dass man möglicherweise am besten beraten ist, aufgestellt ist, wenn man versucht, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Heute kann man das. Früher wäre das ein illusionärer Vorschlag. Heute kann man mit relativ wenig Kapital gründen. Man kann, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch ein starker Bestandteil des Summit, man kann mit Komponenten gründen. Ich muss nicht alle selber machen. Ich muss die Teile meines Unternehmens nicht alle selber aufbauen. Das kostet ja meistens viel Kapital. Ich muss sie auch nicht selber beherrschen. Es ist eigentlich unmöglich, heute in allen den Bereichen, die für ein Unternehmen wichtig sind, kompetent zu sein. Ich muss mir Komponenten holen von außen. Zwei schlagende Vorteile. Ich spare das Kapital. Erstens. Zweitens hole ich mir Professionalität und nicht meine Anfangsfehler als Dilettant, wenn ich zum ersten Mal in meinem Leben loslege. Und ich habe natürlich Professionalität. Das kostet was. Es hat einen Preis. Und ich sage immer, wenn Sie sich Professionalität nicht leisten können, dann versuchen Sie es mal mit Unprofessionalität. Da wissen wir alle, das wird noch viel teurer. Also das Konzept ausarbeiten, Komponenten einsetzen. Und dann hat man eine gute Chance. Und das ist zum ersten Mal in der Wirtschaftsgeschichte, dass wir eigentlich so ein, ja geradezu Massenphänomen bekommen können, so eine Art Volksentrepreneurship, dass wir sehr viel mehr gründen. Vor allem diejenigen auch, die politisch orientiert sind und die sagen, die Politik müsste das und das oder die Gewerkschaften oder die Kirchen oder irgendjemand sonst, denen sage ich, wartet nicht länger, sondern macht selber etwas. Führt vor, dass es anders geht. Ein Unternehmen gründen heißt ja, innovativ sein, besser zu sein, als das, was es draußen gibt. Und dann habt ihr ein Stück erreicht. Und so kommen wir vielleicht schneller zu einem Ergebnis, als wenn wir auf die Politik warten. Okay, man merkt sehr hands-on. Sozusagen auch jemand mit jemandem, der sehr viel selbst macht in der Praxis. Wer das Buch gelesen hat, findet, glaube ich, jetzt in dem Fall gerade sehr viele Themen wieder und bestimmt auch dort. Ein Satz würde mich noch interessieren. Ich habe gehört, es gibt auch so ein bisschen was Wettbewerbsmäßiges um den Summit. Jetzt haben wir mal Gelegenheit sozusagen den einen oder anderen Kandidaten sozusagen Bewerber zu suchen. Was hat es damit auf sich? Die Frage habe ich nicht verstanden. Sorry. Soll es nicht beim Entrepreneurship Summit auch so eine Art Wettbewerb geben? Wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben, schon letztes Jahr. Das machen wir zum zweiten Mal, um zu zeigen, welche Fülle es auch heute schon gibt an konzeptkreativen Gründungen. Dass es eben nicht immer nur Hightech ist, was uns so die Politik vormachen will. Und die Forschungsergebnisse, die meisten von uns haben das nicht. Also ein Wettbewerb, der als einzige Restriktion eigentlich hat, es soll eine Idee sein, ein Konzept sein, etwas Neues sein, etwas Innovatives sein. Kopf schlägt Kapital, so als Rahmen. Und es macht ein bisschen die Gründer auch bekannt, der Wettbewerb. Er endet. Es ist ein Web 2.0-Wettbewerb. Man kann selber Projekte, Unternehmen nominieren. Die User voten dafür. Wer die meisten Stimmen bekommt, bekommt einen Preis beim Summit. Und zwar das Labormännchen. Das ist dieser Künstler, der auf einem Stuhl balanciert. Und wo gezeigt wird, es ist ein Balanceakt. Man muss vieles sozusagen gleichzeitig zur Balance bringen bei einer Unternehmensgründung. Es hat was mit Künstlerischem zu tun, Medici-Effekt. Und es ist eben gut, wenn ein Konzept nicht nur auf einem Bein steht, sondern auf mehreren Beinen. Dann fällt es nicht in die Kategorie 80 Prozent sind nach fünf Jahren nicht mehr dabei. Das muss man ja auch immer sehen. Man muss schon sehr überlegt und sehr durchdacht gründen. Sonst ist die Statistik sehr gegenein aufgestellt. Wo findet man den Wettbewerb? Den findet man im Netz unter entrepreneurship.de. Sie können selber nominieren, wenn Sie aus Ihrem Umfeld etwas kennen, was man konzeptkreativ nennen kann. Wunderbar. Dann zeigen wir mal, dass es einen Bereich gibt, der in der Öffentlichkeit und in der Wahrnehmung der meisten Menschen viel zu kurz kommt, wenn er überhaupt schon erkannt ist. Gut, also wer sich für Konzept kreativ hält, geht auf entrepreneurship.de. Zum Abschluss ein bisschen sozusagen Roadmap, Perspektive, wo es noch so hingeht. Waschmittel fände ich übrigens sehr gut, Waschmittelkampagne. Wenn ich so an Ariel Persil denke, wie teuer die alle sind. Gibt es hierzu eigentlich noch eine Fortsetzung? Da bin ich gerade dran, ja. Das ist ja über 60.000 Mal verkauft. Das ist in der neunten Auflage jetzt. Die Leser sind begeistert, aber sie sagen, irgendwie schaffe ich es nicht. Wie machen Sie das, Herr Faltin, dass Sie an solchen Ideen so stricken? Und dieses systematische an der Idee arbeiten, was ja jetzt auch beim Summit eine Hauptrolle spielt, das muss man ein Stück weit noch besser beschreiben, als ich es getan habe. Da weichen einzelne Beispiele nicht. Man muss die Methode noch besser herausarbeiten, sodass jemand wirklich mit dem Lesen des Buchs ein Stück weit ein Instrumentarium hat, zu Schritt für Stück seine Idee qualitativ besser zu machen. Gut, dann sind wir darauf schon mal gespannt. Sonst, wo geht es noch hin mit der Marke, Günter Faltin? Also, das Stichwort Marke vielleicht aufgreifend. Ich finde, wir Menschen sind die Marken. Das ist auch Teil des neuen Buchs, dass wir uns unsere Identität kaufen über Marken. Und dass ein großer Teil der Kosten eines Produkts nicht etwa in die Herstellung geht und in die Qualität des Produkts, sondern immer mehr in die Markenpflege. Und das Image, das so einer Marke anhängt, das finde ich als Ökonom, und ich bin mit Überzeugung Ökonom, finde ich ein Irrweg. Das finde ich ein Irrweg. Das hätten Menschen wie Aristoteles oder Adam Smith, aber auch alle Ökonomen in der Wirtschaftsgeschichte als ein Irrweg bezeichnet. Da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Ökonomie ist die Markt, in der Wissenschaft immer die Markt der Philosophie gewesen. Und sie soll das Leben erleichtern und sie soll gute Produkte herstellen, den Hunger, schwere Krankheit, schwere Arbeit abbauen und gute Produkte herstellen und den menschlichen Kopf sozusagen in die Qualität der Produkte stecken. Dass wir heute immer mehr Geld stecken in diese Werbung. Es steht dann Honda oder Philips oder Siemens oder Suzuki. Das finde ich schade. Und wie kann man das angehen? Nicht, indem man politische Forderungen aufstellt. Darauf wird, glaube ich, kein Mensch hören. Und diese Firmen sind auch zu mächtig, als dass man sie politisch da angehen könnte. Ich glaube, wir müssen Alternativen schaffen. Wir müssen zeigen, dass wir die besseren Produkte machen. Der Seskodin sagt, wie lange wollen wir uns noch gefallen lassen, dass wir für Produkte, von denen wir genau wissen, dass sie nur wenige Cent kosten, denken Sie an Shampoo, Seife und solche Sachen, dass wir da Euros für bezahlen, wohl wissen, dass wir eigentlich nur die Markenpflege des Unternehmens bezahlen. Spannendes Thema. Ein bisschen abgekommen. Was ist sozusagen Ihre Roadmap? Wo geht es noch hin? Die Roadmap ist eine Art Volksentrepreneurship. Ich würde mir wünschen, dass sehr viel mehr Menschen, sagen wir mal zehnmal so viele wie heute, diese Perspektive erkennen, dass ich etwas tun kann, was mir Spaß macht, was an meinen Stärken aufbaut und auch ein Stück weit, ein kleines Stück weit, die bessere Welt macht, die besseren Produkte jedenfalls. Man muss an seinen Stärken ansetzen, nicht an seinen Schwächen. Der Entrepreneur ist das einzige Tätigkeitsfeld, wo man tatsächlich auf seinen Stärken aufbauen kann und weil man ja selber der Häuptling des Unternehmens ist, alles das abgeben kann, delegieren kann, was einem nicht so liegt oder was man nicht machen will. Das ist fantastisch. Das können Sie auch als Chef eines großen Unternehmens nicht. Aber als Entrepreneur können Sie das auf Komponenten zurückgreifen, delegieren und sich auf das Konzept kaprizieren. Das muss wirklich gut sein. Das ist die Leistung des Entrepreneurs. Und da gehen wir zurück auf Schumpeter und André Denker. Und die haben das immer als den Kern des Entrepreneurships-Haus gearbeitet. Also der Entrepreneur als Häuptling und sozusagen Entrepreneurship als Volksbewegung. Mehr kann ich gar nicht sagen als schönes Schlusswort. Ansonsten bleibt ja nur noch Buch lesen, entrepreneurship.de aufrufen und Summit besuchen. Und dafür natürlich ja erstmal danke fürs Gespräch und viel Glück. Ich danke Ihnen.